Und das Abschneiden. Worauf kommt es beim Abschneiden an? Damit man so ein Brett durchdrehen kann. Jetzt ziehen wir zurück. Ja, gut, genau. Schmacken. Richtig. Super, genau. Aufwings. Das war jetzt noch nicht so ganz umgesetzt, was du eben gesagt hattest. Lass den Unterschenkel noch mal ein bisschen mehr nach vorne schnappen, nimm weniger Vorspannung und mehr Beschleunigung raus. Applaus 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 Applaus